Ja, hallo, hier sind wir und ich muss euch sagen, ich bin traurig. Und warum bin ich traurig? Weil es dieses Jahr keine Messe mehr geben wird. Aber HKL hat gesagt, bitte Paul, mach euch einen schönen Film, die stellen wir online. Und so hast du doch die Möglichkeit, mit deinem Kunden in Kontakt zu sein und eure Neuigkeiten vorzustellen. Ich habe gedacht, wie soll ich das machen, à la Rudy Carell am laufenden Band. Das haben wir hier versucht, hat nicht geklappt. Deswegen haben wir hier eine schöne Auswahl von dem, was wir auf der Online-Messe anbieten. Und dafür nehme ich euch mit nach dieser Ecke. Und diese Ecke ist spezial für die letzten Monate in dieses Jahr geeignet. Also Ziegenkäse, Kuhmilchkäse und ganz neu Schafskäse mit Trüffel. Alle vier Kilo Leiben, reine Trüffel und sehr gut geeignet für die extra Verkaufen in Dezember. Aber natürlich auch jetzt schon. Dann gehen wir hierher. Hier haben wir unsere Bio-Ecke. Bio Old, Landana Organic Old kennen Sie. Ohne Farbstoffen, ohne Geschmackstoffen. Landana Organic Mild. Seit dieses Jahr dabei Ziegenkäse Organic. Also auch die reinste biologische Ziegenmilch unter Landana Organic. Und ganz neu Landana Organic Möhrenkäse. Auch wieder genauso wie Sie von uns gewohnt sind. Ohne künstliche Farbstoffen, ohne Natamycin, ohne Zusatzstoffen. Und Sie wissen, ich esse sehr gerne Käse. Deswegen kriege ich jetzt eine Karotte. Kuckuck, da sind wir wieder. Voller Mund. Ist natürlich nicht gut. Meine Mutter hat immer gesagt, kleine Paule, hör auf damit. Du sollst nicht reden, wenn die Mund voll ist. Aber ja, die Cameradame hier wird auch bezahlt. Wir müssen weiter. Landana Jersey. Landana Jersey Mild, acht bis zehn Wochen geräift. Landana Jersey Picant, bis an zwanzig Wochen geräift. Dann haben wir hier Jersey Old. Vast ein Jahr geräift. Sehr gesmiedig, mit kristallen. Super snitfähig. Aber es gibt was ganz Neues. Was Neues? Eigentlich was ganz Altes. Wir haben hier neu unsere Jersey XO. Fast zwei Jahre geräift. Wie Sie von unseren Jerseys gewohnt sind. Ohne Farbstoffen, ohne Gesmackstoffen und ohne Natamycin. Aus der reine, hundertprozentige, cremige Jersey Milch. Und jetzt dann als XO. Auch noch immer sehr geschmeidig. Klar, lasst sich nicht in Scheiben schneiden. Aber es ist auch kein Bröckel. Wie Sie hier sehen können, schneidet man auch ganz schöne Würfel. Das heißt, Sie schneiden auch schönere Stücke. Für all diese Artikeln bieten wir euch auf der Online Messe Aktionen an. Warum auch sonst. Und Sie können diese ganze Film nochmal nachschauen auf vandersterre.de slash hkl. Und Regisseur, habe ich das richtig gesagt? Ja, ich mach weiter. Und dann habe ich hier noch was. Also, Sie können jetzt nicht im Urlaub. Sie waren im Sommer nicht im Urlaub. Vielleicht ja, aber nicht groß weg. Wir hoffen, dass auf dem Moment, dass wir das hier filmen, es schon wieder was Lockerungen gibt. Das heißt, Sie können vielleicht im Dezember mit Ihrer Geliebte, nicht mit der Paule, auch mal ein paar Tage weg. Und dafür haben wir noch eine ganz schöne Aktion. Bei Primadonna gibt es diese Koffers geschenkt. Die gibt es bei einigen Leiben Primadonna. Auch dafür können Sie wieder online Ihre Bestellung aufgeben. Oder noch viel einfacher, rufen Sie mich wieder an. Ich notiere Ihnen das gerne. So, das war es von Haus Holland. Ich hoffe, dass wir in 2021 alles unter Kontrolle haben. Und dann sehen wir uns gerne wieder. Vielen lieben Dank. Eure Paule.